guten tag liebe besucher hier auf youtube bei der gabe gottes ich bin der berater christian durney wir alle sind ein team von beratern gemeinsam und individuell ausgeprägter medialer stärke ich für meinen teil besitze eine mediale fähigkeit auch über weite entfernen weg auch verfüge ich über eine begabung menschen wieder zusammenzubringen oder ähnlichen verwicklungen ich liebe besucher habe ein talent in den kulissen zu schauen wie zum beispiel dein partner denkt oder fühlt weil er gerade in diesem augenblick viele absichten hat seit bereits der dritten generation hat unsere familie eine seerische fähigkeit ich habe meine so präzisiert dass ich ohne vorab und dinge und gegebenheiten sehen und fühlen kann von dir oder eines partners oder sonstigen personen und dir so eine große wissensunterstützung sein kann längst verschwundene gegenstände oder sonstige wichtige dinge finde ich wieder auch was mit ihnen geschehen es gibt verschiedene möglichkeiten um eine alte liebe wieder ins glück zurück zu bringen es gibt verschiedene rituale und möglichkeiten dir zu helfen auch die engelsenergie und die kathomanie gibt weitere hilfe zur findungswahl es gibt für alle deine fragen und aufgaben die zu lösen sind ein passendes ritual auch für dich ein weiteres steckenpferd vor mir ist die sogenannte alternativmedizin als gesundheitsberater ich bin in der lage menschen mit meinem gefunden wissen und quellen der literatur hinweise zu geben dies ist eine neue denkweise für dich lieber ratsuchender im zusammen mit der gesundheit zu vermitteln in meinem vokabular gibt das das wort krankheit nicht ich werde dir in einem persönlichen gespräch genau erklären was du selbst dazu beitragen kannst und wieder gesund zu werden ich verspreche keine heilung ich werde den weg zeigen gehen sollst du ihn selbst meine rufnummer bei gabe gottes lautet 0 9 0 1 6 5 4 1 2 3 ich freue mich auf einen anruf bis bald tschüss